Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Mein Führer, Mein Führer, Mein Führer, Mein Führer, Bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll los? Mein Führer, Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich muss den von Verletzten Ah, Monke Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe mich klar genug ausgedrückt.